Moin Freunde und herzlich willkommen zum sonntägigen Wochenreport. Wahrscheinlich die letzte ruhige Woche, bevor es mal so richtig losgeht, wie ich darauf komme, dass entgegen vieler Erwartungen da draußen dieser Monat noch richtig, richtig brutal wird und vor allem die Altcoin Rallye ausgelöst wird in sehr, sehr naher Zukunft. Darüber werden wir gleich sprechen. Außerdem schauen wir uns das nächste skurrile Preistarget mit 60 Dollar an, was dafür passieren müsste, damit XRP diesen Wert erreichen könnte und natürlich noch viele weitere spannende Neuigkeiten. Los geht's, wie immer, nach dem Intro. Ja Freunde, starten wir direkt rein. Markt hat sich wenig verändert in den letzten Tagen, läuft so lala. Ich glaube, bei dem einen oder anderen läuft vielleicht der ein oder andere Meme-Kang ganz gut, aber ansonsten ist es sehr, sehr ruhig geworden. Es gibt aber Grund zur Hoffnung, denn nicht nur, dass wir generell schon im September wussten, wenn der gut wird, wird wahrscheinlich der Rest des Jahres auch ziemlich gut. Es gibt auch rein marktwirtschaftlich betrachtet einige positive Zahlen, so zum Beispiel wieder die neuen Inflationszahlen in den USA, die wieder niedriger ausfallen, also besser laufen als angenommen. Dementsprechend dürfen wir davon ausgehen, dass die Federal Reserve höchstwahrscheinlich weiterhin den Leitzinn senken wird und das wird insgesamt, denke ich mal, die gesamte Wirtschaft gewissermaßen ankurbeln. Allerdings müssen wir abwarten. Die US-Wahlen sind jetzt etwa in einem Monat. Wir sollten dementsprechend erstmal gucken, wie die letzten oder die nächsten Wochen noch so laufen, denn wir wissen, dass wenn US-Wahlen sind, alles ein bisschen anders laufen kann, als man es prognostiziert. Wir warten einfach mal ab. Momentan habe ich aber das Gefühl, dass viele Leute eher etwas pessimistisch sind, was den Oktober angeht. Von daher wird es vielleicht auch eine positive Überraschung geben. Und warum? Darüber spreche ich jetzt mit euch. Zu meinen, mehrfach gesehen, ganz kurze Reminder nochmal, September lief gut, normalerweise laufen die drei Monate dann auch gut, so wie hier und hier zu sehen. Und es gibt natürlich härtere Indikatoren und so Soft-Indikatoren. Und ein Soft-Indikator, der jetzt gerade auch noch zur Geltung kommt, ist, dass Donald Trump bzw. seine Familie, ich glaube, seine Söhne führen das Ganze, diese neue Plattform World Liberty Finance oder Financial eröffnet haben und die wollen jetzt ihren eigenen Token starten. Und das machen sie nicht nach der Wahl, sondern das machen sie extra, bewusst vor der Wahl. Also in zwei Tagen geht es los, da kann man deren Token kaufen. Wahrscheinlich wird es da einiges an FOMO geben. Entweder wird ein übler Flop das ganze Projekt und das wird wahrscheinlich Trump politisch auf die Füße fallen oder aber er wird von vornherein als Donald Pump derjenige sein, der den Kryptomarkt mal so richtig beflügelt. Und wenn er halt im positiven Licht steht, wird wahrscheinlich auch das Projekt gut laufen. Ich persönlich werde das Ganze von der Seitenlinie beobachten. Ihr könnt, wenn ihr hier raufklickt und nicht aus den USA kommt, einfach euer Wallet hier verbinden, wenn ich das richtig gelesen habe und dann einfach direkt mitmachen bei diesen Token-Sales. Wahrscheinlich wird das Ding aber ziemlich schnell ausverkauft sein. Countdown seht ihr hier. Ich verlinke euch das Ganze auch nochmal gerne in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir mal zu Charts, denn ich mache solche Ansagen nicht wahllos, weil ich sie mir wünsche, sondern wir sehen einige positive Entwicklungen im Bereich der Charts und einige der wichtigsten will ich mal mit euch teilen. Zum einen hier eine große Altcoin-Rallye. Könnte unmittelbar bevorstehen, wenn sich beim 3-Wochen-Stochastic-RSI, also dass hier unten ein bullisches Crossover bildet, folgt normalerweise eine kräftige Aufwärtsbewegung. Ich mache nicht die Regeln. Und er hat vollkommen recht. Ihr seht es hier, wenn es hier so eine Überkreuzung gibt, ist es in der Regel wie in der grünen Ellipse zu sehen. Ein bullischer Anstieg, der daraus resultiert. Und wir stehen auch jetzt kurz davor vor diesem Crossover. Ich erinnere nochmal, auch wenn es euch aus den Ohren herauskommt, Freunde, diese Übersicht ist nicht, was man kurzfristig mal so eben macht, sondern das ist wirklich eine Sammlung von vielen, vielen Daten über einen sehr langen Zeitraum. Freunde, ganz kurze Werbeunterbrechung. Ich möchte euch noch einmal darauf hinweisen, dass heute die letzten Stunden laufen für die Aktion vom Decent Wallet. Viele von euch fragen sich ja immer, was kann ich denn holen außer einem Ledger? Meine Antwort darauf ist, das Decent Wallet, ich finde das Ding ziemlich genial. Ihr könnt XCC darauf speichern. Ganz generell gefällt mir auch dieser Fingerabdruckscanner. Und man kann ganz generell sehr, sehr viele verschiedene Coins darauf verwalten. Normalerweise liegt das Ding bei 149 Dollar. Aktuell ist es bei 89 Dollar, also mit 44% Off und zusätzlich kostenlosem Versand nach Europa. Also Freunde, nutzt die Chance nochmal. Die letzte Aktion ist schon einige Monate her. Und ich kann mir vorstellen, die nächste Aktion kommt wahrscheinlich auch erst wieder Richtung Weihnachten. Also deckt euch ein, ich habe mir auch selbst nochmal eins bestellt. Den Link findet ihr hier unten in der Videobeschreibung und weiter mit dem Video. Und bis auf die etwas überraschende Korrektur bei Bitcoin die letzten Tage, gab es auch ganz generell eigentlich wenig, was gegen Bitcoin spricht. Denn wir haben die Support-Zone gehalten, werden wir uns auch gleich nochmal ansehen. Wir sind ausgebrochen aus einer Resistance. Und eigentlich, finde ich, sieht es wirklich perfekt aus. Und ich glaube, dieser Missmut kommt vor allem aufgrund der Altcoins, weil die nach wie vor ziemlich vor sich hin dümpeln. Aber die Altcoin-Rally ist die nächste große Rally, die bevorsteht. Aber eins nach dem anderen. Schauen wir doch mal direkt in die Altcoins. Also hier sehen wir mal den Chart mit der gesamten Market Cap abzüglich Bitcoin. Also Bitcoin ist hier nicht mehr drin. Und wir sehen, dass wir das erste Mal seit sehr langer Zeit, dass wir ausgebrochen sind durch die Resistance durch und auch gleichzeitig die Resistance dann als Support-Zone genutzt haben. Was normalerweise ein Indiz dafür ist, dass dieser Ausbruch auch bestätigt ist. Solange wir nicht wieder runter droppen unter diese Schwelle, sieht es danach aus, als wären wir ausgebrochen und können damit rechnen, dass nur einiges auf uns zukommt. Dazu kommt, dass wir uns hier öfter mal den Altcoin-Rally-Indikator anschauen. Und auch der ist sehr positiv. Wir haben hier nämlich ein inverse Head & Shoulder. Wir haben uns das letzte Mal schon mal bei Bitcoin angeschaut. Auch bei den Altcoins gibt es dieses umgedrehte Head & Shoulder-Pattern. Und auch das ist ein sehr, sehr bullisches Signal. Hier auch nochmal im Prinzip das Gleiche, was wir hier sehen. Wir sehen hier auch nochmal, dass wir durch die Resistance gegangen sind. Allerdings hier ist jede Kerze immer gleich drei Wochen. Und ja, das ist die Vorhersage, wie es weiterlaufen könnte. Ganz objektiv betrachtet, ohne dass man da jetzt so viel FOMO reinbringt. Aber ja, ich glaube auch, dass wir einiges erwarten dürfen noch bis zum Jahresende. Denn stellt euch doch mal Folgendes vor. Die Wahlen sind Anfang November und danach wird Trump meinetwegen gewählt. Das würde an sich, glaube ich, etwas Positives auslösen an der Kryptowelt. Weil viele davon ausgehen, dass wenn er denn das Zepter in der Hand hält, dass Donald Trump dann zu Donald Pump mutiert. Und dann wahrscheinlich in Kombination mit Elon Musk sehr, sehr viele positive Vibes für diesen Markt ausstrahlt. Und ja auch wirklich Hand anpacken will und selber Projekte daraus starten will und so weiter. Könnte also richtig, richtig geil werden. Und wie geil es werden könnte, das sieht man daran, dass Brad Garlinghouse zum Beispiel letzte Woche einfach mal sein Ziel erhöht hat. Der sagte ja, er ging ja davon aus, dass wir bei drei bis vier Billionen Dollar sein werden im Kryptomarkt. Er hat das Ganze jetzt nochmal erhöht auf über fünf, glaube ich. Und die meisten, die wirklich Ahnung haben, sind also nach wie vor ziemlich, ziemlich bullisch. Und ich gehöre auch dazu, auch wenn die letzten Wochen ziemlich lahm waren. Und insbesondere, was die News betrifft, muss man sagen, rein charttechnisch hat sich insbesondere Bitcoin relativ wacker gehalten. Trotz Tagen, die sehr, sehr schlecht waren, wo man dann teilweise fünf, sechs Prozent Korrektur gesehen hat, gab es eben an anderen Tagen direkt wieder die Aufholrallye. Ja und der Altcoin-Markt muss nachziehen. Ich meine, es ist schon über ein Jahr her, dass der Altcoin-Markt mal einiges gemacht hat und dementsprechend warten alle darauf. Der Großteil von euch ist natürlich in Altcoins, auch wenn viele von denen mittlerweile so stark gesunken sind, dass sie nicht mehr allzu viel ausmachen im Portfolio. Also rein werttechnisch sind viele von euch jedoch in viele Altcoin-Projekte investiert, haben sich großartig damit beschäftigt. Und wir warten nur darauf, dass wieder AI-Hype kommt, dass der Meme-Coin-Supercycle losgeht, ein erneuter Real-World-Asset-Hype. Und vor allem, viele haben es schon vergessen, NFTs, Freunde. NFT-Hype bleibt auch seit Monaten. Da geht gar nichts mehr. Und ich denke, auch da wird noch einiges ab uns zukommen. Also, bereitet euch vor. Ja, es geht dann, glaube ich, auch ziemlich schnell, wenn es denn erstmal einen Pfad gibt. Und wer weiß, vielleicht ist das ja so eine Art Start-Event, dass es hier losgeht, nachdem Trump da seine eigene Coin raushaut. Vielleicht wird das insgesamt die Altcoins beflügeln. Wir bleiben dann mal am Ball. Es gibt noch viele, viele weitere Übersichten. Ich werde euch noch ein paar davon zeigen am kommenden Mittwoch zu Zahlen, Daten, Fakten. Da gehen wir gerne nochmal weitere Dinge ein. Aber ansonsten stellt euch darauf ein, dass die kommende Woche und auch die nächsten Wochen richtig geil werden, Freunde. Keine Anlageberatung, ihr wisst es, Freunde. Aber ich sage euch offen, ich bin selten so bullisch gewesen wie die letzten Tage. Und ich kann es kaum abwarten, dass die nächste Woche startet. Ja, etwas konservativere Neuigkeiten mal zu Beginn. Also, Ripple hat mal wieder eine neue Implementierung gemacht oder etwas Neues gemacht. Und zwar, die Tochtergesellschaft Ripple Custody stellt globalen Banken und Finanzinstituten bereits Softwareinfrastruktur zur sicheren Verwahrung zur Verfügung. Nun sollen die Lösungen auch für Krypto- und Fintech-Firmen zugänglich gemacht werden, wie sie am Dienstag mitteilten. Die Plattform bietet ab sofort neue Funktionen. Und dies ermöglichen, Kryptowährung, Fiat-Währung und reale Vermögenswerte, also Real-World-Assets, über das XRP-Ledger zu tokenisieren und zu verwalten. Wow. Das ist das, worüber wir die ganze Zeit sprechen. Es wird jetzt Stück für Stück immer weiter scharf geschalten. Zusätzlich wurde die Technologie um eine Integration zur Transitionsüberprüfung, weitere Optionen für Hardware-Sicherheitsmodule sowie vorkonfigurierten Richtlinienrahmen ergänzt. Auch die Benutzeroberfläche ist stark vereinfacht worden. Und hier sehen wir nochmal den ganzen Artikel. Ich finde besonders interessant das hier. Auch nochmal vielen Dank an Florian fürs Zusenden. XRPL-Integration ermöglicht die Integration fungibler XRPL-Token, wodurch neue Möglichkeiten für digitale Darstellung von Vermögenswerten und die Freigabe von Liquidität geschaffen werden kann. Mit der Unterstützung des nativen Decks auf dem XRP-Ledger können Unternehmen Vermögenswerte nahtlos und mit minimalen Gebühren handeln. Also, da können einfach Unternehmen selbstständig eigene Token kreieren, beispielsweise um irgendwelche eigenen Bankprodukte oder eben auch Rohstoffe oder Ähnliches abzubilden. Und das Ganze läuft dann beiläufig sogar noch über einen Verwahr-Service. Das heißt, die Unternehmen können mit Zweifel sogar alles verwahren lassen von Ripple und seinen Partnern. Und vor allem kann man sehr, sehr einfach neue Liquidität schaffen. Von daher, glaube ich, wird das richtig interessant sein. Ja, und BitBoy habe ich nicht reingenommen, aber BitBoy Crypto hat schon gesagt, die Leute werden weinen, weil sie alle eines Tages sagen, wenn hätte ich mal mehr XRP. Ja, aber BitBoy war mir noch nicht clickbaity genug. Da komme ich dann direkt mal auf Levi Reidveld. Der Typ ist der Clickbait-König unter den XRP-Content-Creatoren. Und dementsprechend macht sich das so ein Newsbit zum Vorteil. Und ich natürlich auch auf dem Thumbnail. Cryptoanalyst XRP könnte durch Zusammenarbeit mit Swift auf 60 Dollar steigen. Eine genaue Grundlage gibt er dafür nicht. Er sagt aber, momentan werden von Swift täglich 7 Billionen Dollar an Transaktionsvolumen abgebildet. Bei Ripple sind es aktuell nur 90 Milliarden, also etwa nur 1,3 Prozent. Und würde das Ganze so laufen, dass die beiden miteinander kooperieren würden, dann würde das einen 350-fachen Anstieg des Handelsvolumens bedeuten. Und dann dementsprechend einen Preis von roundabout 60 Dollar, mittelfristig sogar 200 Dollar pro XRP. Ja, und ich setze sogar noch einen drauf mit dieser ganzen Geschichte um Swift, denn Mr. Poole hat sich auch mal wieder zu Wort gemeldet. Und zwar hat er dieses Kurzvideo rausgehauen. Schaut euch das mal eben an. Und mal sehen habt ihr auch. Ich glaube, so ungefähr bei Sekunde 2 sieht man dann so ein kurzes Swift-Logo. Ich hab's auch mal für euch gescreenshuttet. Was meint ihr? Will uns Mr. Poole da irgendwas teasern? Freunde, ich bin schon froh, wenn's in Richtung 5 Dollar geht in diesem Jahr. Alles in allem sind wir mal sehr gespannt. Ich glaube, die nächsten Wochen werden geil. Ich wiederhole mich. Also lasst euch dementsprechend nicht aus dem Boxhorn jagen. Ich weiß, es gab zuletzt auch viele Wochen der negativen Vibes. Und das läuft beim einigen Projekt nicht so geil, wie wir uns das vorstellen. Aber, Freunde, Oktober ist der Anfang. Dann kommt noch der Moonvember. Und der Dezember ist natürlich immer ziemlich geil als letzter Monat des Jahres. Also, wer genauso bullisch ist, positive Vibes gerade spürt und das Gefühl hat, es wird genauso kommen, der lässt mir heute mal ein Like da. Mal sehen, ob wir einen neuen Like-Rekord schaffen. Würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, Freunde. Wir sehen uns schon sehr, sehr zeitnah wieder. Bleibt mir bis dahin gesund und bis bald. Ciao!